Hey, was geht? Mein Name ist Elli und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich 16 Arten zu niesen für euch. Ja, ihr habt richtig gehört, 16 verschiedene Arten zu niesen. Wie komme ich auf sowas? Ganz einfach. Ich werde jedes Mal dumm dafür angemacht, wie ich niese. Und dann denke ich mir so, hey, mach's besser, hör dir dein Niesen mal an. Das ist ja auch nicht viel besser als meins. Und da ist mir aufgefallen, dass es wirklich richtig viele unterschiedliche Arten zu niesen gibt, die ich euch heute präsentieren möchte. Viel Spaß. Der Headbanger Der leise Der zwinkerer Der versucht leise zu niesen und doch laut wird. Der versucht leise zu niesen und sich die Nase zu hält. Und trotzdem laut wird. Und schnoddert. Der ohne Hand niest. Auch bekannt als der Schnodderer. Der in die Hand schnoddert. Der in die Hand schnoddert und einen berührt. Der in die Armbäu genießt. Und es mit der Hand abwischt. Der Übertreiber. Oh, warte mal kurz. Ich glaube, ich muss niesen. Ja, ich bin wieder da. Was gibt's? Der Heulende. Der doch nicht muss. Der Allergiker. Die Zerrung. Der Muskelkater. Oh, nein. Und zum Schluss. Ich. Auch bekannt als die laute Schnoddernde Allergikerin. Mit Muskelkater. Au. Ah. Das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr euch wiedererkannt habt. Oder ob eure Niesart noch gefehlt hat. Ich will's unbedingt wissen. Vielleicht schaffen wir es ja zu einem zweiten Teil. An dieser Stelle muss ich mich auch unbedingt noch bei allen neu dazugekommenen Abonnenten bedanken. Natürlich auch bei den alten. Aber in den letzten zwei Wochen sind 30 neue Abonnenten dazugekommen. Vielen Dank dafür. An dieser Stelle auch noch, liebe Grümse an Angelika. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Und ja. Nein, also wirklich. Das bedeutet mir richtig, richtig viel. Ich kann das, glaube ich, gar nicht in Worte fassen. Auch eure ganzen Kommentare. Das hat mich so überwältigt. Vielen Dank dafür. Ich gebe mein Bestes, um euch zu unterhalten. I don't know. Wie auch immer. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, kann dies hier oben tun. Hier unten kommt ihr zu meinem letzten Video. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin mögen wir uns wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.